So, jetzt grüß den German Edcom hier Zurück zu The Binding Of ISEC Mit dem Hardcom Modus Oh mein Gott. Der war gut. Der war echt gut. Okay, ja. Neue Spünneres Glück As usual, as usual as usual As usual, los, 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 los Ja, los, komm. Oh, oh, Trollolololololololololololop Nee. Ja, aber nicht für mich. Damage. Oh, damage. Damage, ja. Halleluja, cool. Ja, super. Was ist jetzt? Eine Zecke? Okay. Oh. Ja, wobei. Ach komm, geh mal einfach schon mal rein. Duke of Life. Oh, shit. Natürlich. Es war so klein. Natürlich. Aber, aber wir sind relativ gut, weil, ja, weil wir haben hier, äh, naja, nicht doppelt, ich weiß nicht, ob wir doppelten Schaden haben, aber wir haben auf jeden Fall Schaden. Ja, ne? Können wir sagen, wir wollen. Und der ist halt echt gleich. Ja, gleich. Ah ja, oh, oh, oh. Wow, 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 wow. Oh, 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 oh. Ne? Sind wir gut, oder? Ah, das sind, oh, oh, oh. Ha, 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 ha. Ja. Mmh, okay. Alles klar. Und runter. Woo. Vier Leben. Oh je. Oh na, ich hasse diese Teile. Oh, ich hasse sie. Wirklich. Ja, 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 äh, 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 äh. Jawoll. Ich brauche einen Schlüssel, ich brauche. Oh, nö, komm. Ja, wobei. Ist ja easy. Easy. Ach, tatsächlich. Das kann der. Ne. Der gehangene Mann. Okay. Verdammt, ich habe auch einen Schlüssel. Sorry. Ne, ne, ne. Okay. Ja, ja, komm, komm, komm. Ja, mh. Komm. Stell es dir mal nicht so an, hey. Ne, ehrlich. Jetzt, ah, jetzt komm. Fahrst du mir noch anders. Jetzt fahrst du mir noch anders. Ja, okay, gut. Nett. Ja, gut, hole ich mir gleich. Oh, 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 mein. Das ist zu gut. Ja, ja, das Teil. Ne, he, he, he. Hey, zwei Schlüssel. Ah, ja. Wow. Oh, ist das nicht abgefahren. Ey, das ist so abgefahren. Ich finde das so geil. Dass ich, dass ich tatsächlich mit, mit, weil ich würde da niemals eine Bombe legen. Das ist echt Wahnsinn. Das ist, oh, hu. Oh, je. Oh, je. Tears up. Oh, sehr gut. He, he, he. Das bedeutet jetzt erstmal, doppelt Schaden. Oh, nein, nein. Oh, nein, nein. Nein. Oh, ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, jetzt komm, jetzt komm. Oh, um. Ah. Okay. Wir probieren's. The Gertie Junior. Oh, shit. Hey. Ja gut, das war mein Leben. War nett. Das war mein Leben. Das war mein Leben. Das war mein Leben. Ah, jetzt. Jetzt wird's aber echt unverschämt hier, der Bengel. Danke. Danke. Ranger up. Yeah. Okay. Wunderbar. Sehr nett. Aber danke. Ne. Ja. Oh. Oh, oh, okay. Oh, ehrlich, ehrlich, ehrlich. Oh, Gott. Manchmal echt. Manchmal echt. Boom. Okay. Was zum Teufel ist das da? Was zum Teufel ist... Will haben. Ich will... Oh, mein Gott. Oh. Oh, jetzt. Bitte. Was macht der denn nochmal? Weiß das jemand? Weiß das irgendjemand? Ah, okay. Ich verstehe. Ah, okay. Verstehe. Ah, okay. Ja. Ja. Sehr schön. Wollte schon sagen, ziemlich schwach. Wow. Abgefahren. Ich will den Schlüssel. Wieso kriege ich sowas nicht, wenn ich fliegen kann? Mein Gott. Ätzend. Ätzend. Ehrlich. Ehrlich. Na ja. Gut. Dann halt nicht. Oh. Oh. Was zum... Nein. Oh. Oh, mein Gott. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Oh, mein Gott. Ich kann fliegen. Das ist abgefahren. Oh. 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 Scheiß. Ey. Ey. Wahnsinn. Oh nein. 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 Ey. Willst du mich verarschen? Ey. Ich hasse diese... Also wirklich. 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 Es ist so gemein. Dieser Hardcore-Modus. Ich... Ich habe schon ohne gefühlten Hardcore-Modus gefühlte 100 Folgen gebraucht, bis ich auch mal zur Mutter gekommen bin. Und jetzt im Hardcore-Modus. Ja. 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 Genau. Wahrscheinlich. Ja. 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 Komm her. Komm her. Kuschel doch mit meinem Scheiß-Teil. Da haut der mir halt echt einen auf den Mund, ey. Ehrlich. Pilz. Damage, HP und Range up. Wow. Das ist abgefahren. Das ist abgefahren. Na. 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 Ja. Ja. Gut. 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 Ah. Ja. Wunderbar. Ah, soll ich da jetzt schon reingehen? Scheibe. Ja. Man weiß nie. Ja, gut. Instant Regret. Woo. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das war... War doch gut. War doch gut. War okay. Fand ich gut. Oh Mann. Oh Mann. Ehrlich. Pin. Natürlich, die Art, komm, wir sind was sonst. Was sonst? Woo. Yeah. Oh wow. Halleluja. Oh, 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 oh. Mein Gott, ich hab noch rein. Hi, cool. Yeah. Yeah, uff. Oh, wow. Abgefahren. Ding. Okay, ne, ich nehm lieber das da. Cool. Okay, das ist cool. Das ist echt cool. Das ist echt cool. Oh nein, 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 nein. Ah, okay. Es ist keine Hardcore-Version. Ja, dann. Dann stört's mich eigentlich fast gar nicht. Nö, nö. Dann ist mir hier halt die Furcht. Ja, dann ist mir hier die Furcht. Cool. Nickel. Nickelback. Oh, oh, oh. Oh, Hardcore-Version. Ah, Hardcore-Version. Mist, Mist, Mist. Okay, ich nehm die Pille. No shit. Full Health. Oh mein Gott. Ich bin so gut. Panic Farts. Okay. Okay. Äh, hä? Sorry, 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 sorry. Wow, das haben wir getan. Äh, warum sehe ich die Karte nicht mehr? Warum habe ich jetzt dieses Teil aufgemacht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da wollte ich dieses Teil natürlich tatsächlich angreifen. Witzboiled. Ne, das geht jetzt für mich gar nicht klar. Warum sehe ich diese Dreckskarte oben nicht? Habe ich gerade irgendeinen Shit? Ah, ich habe irgendeinen Shit aufgenommen. Ich weiß es. Das ist so ein Mist. Ja, 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 ja. Ah, zu gut, zwei Schlüssel. Ja, ja. Und ich habe eine aufgemacht und diese... Es ist so Wahnsinn. Ich weine echt gleich. Ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt hingehen muss, ne? Das ist ja umso besser. Aber... Ich würde sagen, das ist... Ey! Wow, nice! Und noch mal eine Kiste. Ey, das wird ja immer besser. Ey, das wird ja echt immer besser. Nett. Nett. Wow. Widow! Oh, das ist nicht die Hardcore-Version. Oh, ja, ich verstehe. Ah, okay. War mir fast klar. Immer wenn ich angehittet werde, dann gibt es einen Furz von meiner Seite. Oh, oh. Tut gut, ne? Oh, ja. Und wie? Wow. Das... HP plus Shot Speed. Oh, wow. Ich habe ja richtig viel Leben jetzt. Und ich habe immer noch diese Drecks... Ah, jetzt habe ich wieder meine normale Kartenansicht. Sehr gut. Sehr gut. Und ich habe immer noch... Nichts. Ich habe nichts. Ach Gott, ne. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ja, ja. Es ist ärgerlich. So, komm. Stirb, stirb, stirb. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Okay. Ja, ja. Nein. Ja, jetzt komm. Ehrlich? Mein Gott. Halbes Leben. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich verstehe. Okay. Ah, okay. Oh, wow, oh, wow. Oh, oh, oh. Mist. Mist. Ah, da war halt einfach mal ein Stein. Ah, jetzt spielen wir hier Snake, oder? Hahaha. Wir spielen jetzt hier Snake. Tatsächlich. Ganz seriöses Snake. Wow. Das teilt halt ewigst viel aus. Ewigst viel. Oh, mein Gott. Oh, jetzt wird's. Oh, jetzt wird's aber echt unnötig. Ja, gut. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier sag, oh mein Gott, das geht gar nicht. So. Ja, ja. Sehr gut. Amateur. Amateur. So gut. Ey, sag mal. Ja. Und ich denke an meine Worte, wo ich gesagt habe. Easy. Und dann sowas. Klassiker. Klassiker. Und jetzt treffe ich nichts mehr. Ja, ich treffe halt einfach gar nichts mehr. Ich treffe halt wirklich nichts mehr. Beziehungsweise, keine will. Nebenanzeige gleich null, aber... Ah, jetzt halt, jetzt halt. Hey! The stars! Wow. Mr. Me... Oh, scheiße. Mein Kopf, er vibriert so hart. Oh, oh. Ich befürchte nichts Gutes. Nichts Gutes. Aber jetzt muss ich halt nochmal die Karte nehmen und ich aktiviere sie einfach. Wow. Was zum Teufel ist das denn? Was ist das links? Scheiße. Mist! Und ich muss mir halt diese Kack hier nehmen. Ah, Schade. Ja, cool. Okay. Tja, ich würde hier so gern Kisten aufmachen, aber... leider nicht. Oh, nein, nein! es kommen. Geh weg, geh weg. Nee, 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 nee. Ey, pack nicht mehr. Ja, 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 ja. Sehr gut. Du dämlicher Sack. Wow, das... Wow. Uh, ich hab einen Schlüssel gekriegt. Hä? Ah, okay. Ja, sehr gut. Ich befürchte einen Ranger. Wow. Ich befürchte, dass ich gleich tot bin, aber macht nix, ne? Oh, ah. 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 Oh, leck mich, leck mich, leck mich. Ja, gut. War ein schönes Spiel. Schönes Spiel, Jungs. Da ich mich jetzt teilweise ziehe. Ja, ja. Ich hab zwar einen unglaublichen... Oh, und ich krieg nicht mal was. Oh, nein. Nein, nicht die. Sehr gut. Hey, ganz ehrlich, verarscht er mich, oder was? Ne, ganz ehrlich nicht. Oh. So, ein halbes Leben. Nein. Oh ja, perfekt. Piep. Und am besten noch in weiß. Nein. Oh, sch... Nee, das ist... Das ist eigentlich gar nicht nett. Gar nicht. Überhaupt nicht. Oh, scheiße. Oh, ja. Das war... Gut. Gut. Wiss da... Sechs Leben. Sech... Also sechs Herzen. Sechs Herzen. Und... Sechs Herzen sehen einfach extrem gut aus. Ja? Und... Und trotzdem... Hm. Ne, ich wein. Ich wein eh gleich. Naja. Vielen Dank für's Zuschauen. Hat dich heißen gefallen. Wir freuen uns, wenn wir uns im nächsten Mal bei The Binding of Isaac. Eternal Edition Hardcore Version mit mir dabei seid. Und mein Name ist Ben Sack für heute. Auf Wiedersehen. Tschüssi.